Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Glück. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay. Am Samstag ist der Tag des Glücks. Aber hey, der ist ja nichts für Vegetarier. Die haben ja noch nie Schwein gehabt. Jo, finde ich gut. Ich hab aber auch einen, pass mal auf. Ich tippe ja beim Lotto immer die Zahlen von meinem Hochzeitstag. Einmal muss er mir ja Glück bringen. Oh, der ist ja mal schön. Oh ja, ist doch so. Aber jetzt hab ich ihn. Lass hören. Ich hab neulich mal mein Handy aus Versehen vom Balkon fallen gelassen. Aber ich hatte ein riesen Glück. Der Flugmodus war nämlich noch an. Ja, den find ich gut. Den schick mal hoch, dann hat er Glück gehabt. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ja, den Weil wir jetzt und wenn wir uns nicht gestionlen. Wir sind die Station oder Menschen nur sehr Mar支持.